Jo, herzlich willkommen. Wieder ein neues Playtogether. Ich drücke sofort mal Enter. Ah, jetzt waren wir grad 64. Okay, 63 Spieler. Wir befinden uns hier auf den höchsten Turm des Spiels mit der super heftigen Unterstützung von... Florian. Niklas. Preu. Prost. Und Conny ist auch noch mit dabei. Der hat jetzt gerade mal ein bisschen gespät für uns. Das ist so das Ritual, dass er hier mitspielen darf. Habe ich jetzt mal überlegt. Nein. Nee, weil es eh nur in Level 1, deswegen passt es schon. Kommst du jetzt wieder hoch oder was passiert? Ja, ich komme jetzt wieder hoch. Also der war bei den Rampen so in etwa, ne? Ausseite. Also ich bin ja dafür... Also sagen wir sie, Ausseite. Ist die Safe so eigentlich noch safe? Ja. Ja. Wo ist denn der langgelaufen? Richtung Museum? Nee, da läuft er die ganze Zeit rum. Wo ist die ganze Zeit? Aber ich... Ich glaube das gehören von der offenen Ostseite. Kommst du jetzt hast mich wieder auf den Stopp gehauen? Jetzt für den Wunsch. Was ist los? Wo kam das? Ich glaube Ostseite. Ostseite. Wer hat gerade einen Winkleiter benutzt? Du. Weil der mir gerade angezeigt wurde. Ja, bei mir wurde der bei dir angezeigt. Wem hast du denn einen gegeben? Nein. Ich habe nur einen... Das A. Er ist gestorben und der Winkleiter war unten. Den hat einer aufgesammelt und der hat den gerade benutzt von dem, den du ihm gegeben hast. Deswegen wird er bei dir angezeigt. Was? Äh, was? Versteht ihr nicht? Ja, vielleicht nicht. Sorry. Einer ist ja der vom Nick Glass und andere hat den aufgehoben und das ist ja der Bug, wenn du einen droppst und du benutzt ihn, dann wird ja bei dem der Winkleiter auch angezeigt, von dem du den genommen hast. Das war ja ja initialen Nick Glass. Na gut, Bulldog ist wieder tot. So Leute, ich komme jetzt rauf. Nicht, dass ihr jetzt einfach drauf geht. Südwesten kann der Schuss, ne? Hüpf einfach, wenn du hochkommst. Dann wissen wir, dass du es bist. Ja, dann lass ihn dir weg. Pass auf, ne? Also ich komme jetzt. Ja, ja. Ich seh dich. Ja, komm mal gerade her, komm mal hier zu mir, links. Hm? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hier, komm mal hier gerade hin. Kannst ruhig gehen. So, du stellst dich jetzt mal da vorne ins Fenster rein, bitte. Geh, geh, geh aber so ein bisschen mehr entfernt. Ich hüpfe drauf aufs Fenster am besten. Ja. Dass mich auch gut sieht. Ja. Ja, ha! Yes. Ah! 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 Naja, ist aber halb so böse. Manfängerfehler passiert. One down. Der Typ. Ja, aber wenn es sein, der Radio Tower. Aha. Ah, ja. Fall down. Ja, die wissen, dass auf jeden Fall. es war noch einer drauf war der macht ja mit den sd-leuten glaube ich zusammen auch mehr die kommt die verbinden sich gegen uns die säcke in dem druck wird einfach immer noch ein paar und jetzt wollen die wahrscheinlich ja noch nicht die auch noch gleich mit ausmatchen okay mal kurz überlegen der hat gesehen wie einer runtergefallen ja das heißt er muss hinter also hier richtung süden sein ja irgendwo also muss kkk guck dir den an atari we are back to fuck you uto gail ich würd sagen der ist unten rechts in diesem ein gebäude also rechts ist kaputt ist auch 63 spieler entdeckt einer überhaupt ja boah chemo machst du mal kurz fabi guck mal da unten in den kaputten gebäude oder so mann ich nehme auf die brücke hier drauf oben wahrscheinlich er muss ja wissen dass wir runtergefallen dass einer runtergefallen ist ne da unten sehe ich nix in den kaputten ja was machen wir jetzt stormcrow lg ey der storm stormcrow ist so 63 passt da auf fabi gar nicht naja drüben ist er direkt an einem mit was können wir mal einladen was ist was soll er einladen was machen wir jetzt was tun wir ab so eine vermutung wo er auch sein könnte er kann nur da glaube ich aber er nicht so dahinten irgendwo aber da hinten ist ja die stelle es gibt so eine stelle du stehst so recht er ist alter da hat er doch gerade gesehen dass wir runtergefallen ist und du stellst dich genau dahin er war das heißt wenn er dich so nicht sieht aber ich glaube ich habe gerade einen spieler gesehen auf dem dach ne doch nicht da bin ich herausgefunden wie man Lust von hält übrigens weiß ich mir wo das gesagt mit alt aber mein Gott das steht sogar in der beschreibung drin das habe ich erst durchgelegt er ist er ist noch nicht so eindeutig er lasst doch wo fliegen wir denn rein theoretisch hin wir fliegen da aber du bist jetzt tot wenn du hingehst also bis jetzt lebe ich ja noch lass doch alle mal da rechts runter fliegen du springst vor nach vorne wo du hinguckst am helllichen tag oder was aber es ist ja zwei zentimeter wo wir hinfliegen das bringt ja nicht weiter ja genau weil dann deckt keiner und dann können die dann irgendwo gut dass ich noch hier sitze das wird ja auch sehr zu lange verpflichtet sagen wir auf das andere gebäude hier mal kurz ja mal kurz wenn wir mal kurz da sind dann sind wir da dann kommen wir nicht immer zurück ja wir könnten durch ein Fenster wieder reinfliegen aber das wäre halt riskant ja an meinem glück klatsch genau dagegen wo ist das eigentlich das schiefe gebäude wie viele utos sind denn hier drauf jetzt einer ich bin ja dafür na gut da müssten wir aber SD12 dass wir hier hinfliegen 3 ok wenn die mit den SD zusammen machen dann sind sie zu viert ja aber die wissen wo wir sind und wir wissen nicht wo die sind das ist das problem die info könnt ihr gleich vielleicht von mir bekommen wo bist du denn versuch deinen Loot noch einzusammeln gell wo du runtergefallen bist ja glaub ich da mal schneller hin nicht komplett sprinten auch gebrochen ne jo ich mein da unten rechts Niklas wo wir vorhin schon mal waren ja was ob die dass die da sind oder was nein dass wir da hinfliegen ja die knallen uns mit dem flug ab ja aber das ist nicht da wo ist er denn runtergefallen das war doch hier vorne vorne an der Ramp nun Richtung Schiefe ist also von daher wenn die da drauf sind achso ja gut ok ja dann müssten wir Richtung Museum fliegen ja dann müssen wir mal kurz hier auf das Gebäude vielleicht aber wenn uns da einer sieht dann sind wir halt super offen das ist auch das problem ja du bist jetzt schon an der Holzrampel ok lauf mal schnell zu deinem Loot und sammle auch wenn da noch was ist Uto hat mich in die Gruppe entweitet ja lass machen die wissen doch wo wir sind und dann wissen wir doch passiert ja nimm mal an nimm mal an nimm mal an dann sag direkt wo sie sind ähm Uto ist jetzt der Land bei äh in der Nähe der Safe Zone da bei Wosch Wosch in das ist das ist das ist das ist das ist die Eisenbahnschiene genau da wo die U-Bahn ist da wo die U-Bahn direkt bei uns ist hier direkt bei uns unten sind die oder was in dem Block wo die U-Bahn bei uns sind da sind die das ist doch direkt also sind die bei uns oder was ja es ist schräg unter uns ja ja der ist direkt schräg unter uns ja geh wieder raus geh wieder raus also also da ist da sind zwei Leute die unten im Haus rumlaufen auf der Straße oder was oder einfach unten rechts von unserem Block mach ich mich wieder ein bitte da sind zwei Leute die unten im Haus rumlaufen ja ich kann das hier ich bin weiter weg von dem Haus jetzt hat er mich eingeladen wir laufen mal hoch und schlag die mit dem Messer da ist das bei uns auf dem Gebäude oder was jetzt nein wir sind beim Ding ich hab mich wohl früher eingeladen bei dem kleineren Gebäude aber laufen die ganze Zeit da wo bei uns im Block wo die grüne U-Bahn ist da wo wir hochgelaufen sind ja der hat mir auch in den Wald geschickt ich geh auch mal rein wenn man sich das geht halt alle rein ja ich guck auch mal ach da unten bei der U-Bahn ist der ist aber in der Safe der ist in der Safe drin der will uns nur rauslocken geht nicht an den Rand geht nicht an den Rand geht wieder aus der Gruppe raus einer muss wieder einladen Halt, 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 Halt die Presse fuck ah unten war gerade einer am Gebäude direkt gegenüber von der Brücke wo man hochgehen kann okay laden wir mal einer ein von euch noch ja ich lad jetzt alle ein okay ah ich bin nicht so was ist noch für einflüchtig Übung macht den Meister dann muss ja einer decken damit ich den Invald annehmen kann ja ich komm okay hab ich jetzt eigentlich alle eingeladen ne warte ich allerdings noch nicht hast du, Roll? Roll, bist du drin? also der war quasi direkt unter uns da jetzt alle Blücke also ich hab mich euch genähert im Haus und wo wir direkt angeschossen ne ich kann nicht mal jemand einladen Progressiven heißt er ja ich sehe nicht also jetzt müsste es uns sehen das ist aber auch mit spezieller Annahme das ist aber auch mit spezieller Annahme ich kann es aber mal eine LGG-volle Annahme ist der zu uns hier gelaufen, Fabi? nee, der ist in das eine Haus direkt neben uns weißt du, wenn man da runter springt ich snipe den Zimmer ein bisschen runter ja, diese zwei Meter unter ey, seid ihr in der Gruppe? drin, ich bin nämlich nur alleine mit Conny in der Gruppe ja dann lad uns mal ein Niklas da lad euch ein das bringt nix warte ich nimm mich, nimm bei euch an ich seh schon kommen jetzt kommts wieder kommt da einer von uns auch oder was? da bist du unten am Gebäude oder was? ich bin unten am Gebäude und komm nicht rein weil da laufen so viele Typen runter da wird man sofort angeschossen wirst du von nem Crawler verfolgt? ne, ich nicht das ist ein anderer das ist einer der da drin rumläuft mit nem grünen Backpack ich hab einen gesehen mit nem schwarzen Backpack roten Backpack grünen Backpack sollen wir auf die Autobahn runterfliegen? da da rein snipen ins Gebäude wir fliegen auf das Gebäude vor uns da rechnet der nicht mit kommt man mal hinterher hier, direkt wo ich stehe seht ihr das? auf das Gebäude guck mal kurz nach unten ich hab schon geschaut ja nicht alle hintereinander direkt boi, du deckst noch, ne? ja ja ich auch jo, bin drauf alles gut boi, komm boi wird große Gebäude hier neben uns oder was? ja, ja, komm her, komm das ist aber scheiße zu decken warum? ja, da gibt's sogar keine weil da mehrere Fenster sind auf die man achten muss wir jetzt sind? ne, ne, komm mal her ja, roi, roi da musst du ja nur auf das große Gebäude achten das alles da, rüber da springt unten einer rum ist einer von euch unten bei dem Gebäude? ok, ist wieder reingelaufen war eben ein Large Medi-Tabby ne, Large ja, ja unten rechts war der wir wissen nicht, dass wir hier sind bleibt mal ein paar also die hier unten sind gut beschäftigt ok so sind alle da ja guck, versucht die mal zur Autobahn hinzufügen achtet auf die Fenster von dem hohen Gebäude vor allem oben ganz oben ganz oben aber eher unten jetzt erstmal da läuft einer wo? ich kann ihn nicht ah, wir saßen abgeschossen ganz ehrlich wissen die doch, dass wir hier sind? nein, wissen die nicht nein, woher sollen die das wissen? steht ihr da? ne, steht nicht da ist einer wo? wo? wo denn? ja, ich sehe da unten oh nein sag doch, dass du da hinläufst ich wusste gar nicht, wohin ich laufen sollte weil die flitzen überall rum jetzt könnt ihr aber auch alles schießen was rumläuft jetzt könnt ihr aber auch alles schießen was rumläuft aber hier ist perfekt ey, ohne Scheiß ja außer das Gebäude er achtet auf das hohe Gebäude Leute wenn da einer ist und wir sehen den nicht dann sind locker zwei von uns tot wenn er schießen kann also niemand wird mehr ansonsten oben, ne? warte mal, ich vermisse grad Chemo Chemo, bist du? ich bin hier hin hä? wo? also bist nach oben ne, ne alle hier warte mal, hier ist Joe ich bin auf dem anderen Gebäude hin ach, ich glaub die gehen jetzt in das Gebäude rein wir sehen ja, wenn die da hochlaufen wie könnt ihr denn eigentlich von da rüber passen, man? der kann ja gar nicht runter aber der ist nice, Florian, das was auch von da ich geier halt auch hier hoch ja, wirst du halt besser gesehen ja, wobei geht eigentlich ja, ich snipe nur grad in das äh Gebäude rein in das große joa, 61 Spieler, gell? naja das ist auch so schön, das muss sich auf das Pfeil äh legen aber von hier kommen wir nirgends nochmal hin ja guckt doch einer die ganze Zeit unten auf die Eingänge und so ich achte mir oben auf ehrlich zu sein ich bin so weil du hast gesagt, da ist einer reingelaufen im Large Military, da hab ich ein bisschen was gehört ja äh ich kann mich ja einer einladen? aber das geht nicht, ihr müsst aufstehen wenn ihr hier schießen wollt ne, 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 das geht du musst ganz nach vorne gehen also nicht oben drauf ja, weil der war ein bisschen weit das geht, wenn du ganz nach vorne gehst und ziehst, dann siehst du so einen kleinen Rand noch ich war in der Mitte, wo der Rand noch ist, dicker ey, der ist kort bewegt sich laber ja, du bist auf der 219 da sag ich, da können wir doch hinschießen ja wir müssen einfach hier hinterlaufen ja, hier so hier so der obendrauf der kann da jetzt gleich der Typ scheiße bei 61 ich glaub, der ist kort ist aber unten hm, sollte sein oder? aber der muss hier vorbei der muss hier definitiv ne, warte da ey, ich komm jetzt auf euch zu, dass du hier nicht schon wieder abknallt ja, du kommst aber nicht sonst hoch, du musst erst auf das eine Gebäude hoch und mit dem Gleiter runter, du hast keinen Gleiter ja, wir können den Escort abschießen ich seh ihn noch nicht aber wenn wir ihn abschießen, dann seh der ist hier direkt vorne auf der Straße irgendwo ja, da hinten halt irgendwo, ich seh ihn nicht da muss er im Museum, dann muss er hier durch echt, der ist schon über die Straße gelaufen der ist der wartet mal, der läuft Richtung Museum, dann kann man den Datum gleich holen da ist er, der kommt gleich in die Sicht da nehmen wir mal die Ehre lassen, wenn wir mal sehen naja oh, scheiße Leute, der Escort ist wieder woanders, der Escort ist woanders ja, wo läufst du denn auf hin? da ist der Escort ja, ich wollte ein bisschen looten gehen, ey okay ja, was ist denn, ich seh den Namen nicht, ey das ist schon klar, dass keiner mehr aufs Gebäude guckt ich sag nur extra, schießt mich nicht ab, ey ja, ist ja nicht so schlimm, du hast ja nichts, wir haben ja dein Ding, wir haben wir nicht hast du deinen Loot eigentlich wiederbekommen, ne hast du nicht ich hab das alles noch ach so, du, okay ja, ich naja, stimmt, du hast ja abgegeben, dann ist ja nicht so tragisch du warst eh Level 1, und daher ist eh wurscht was machst du denn der Escorter jetzt? hat er denn stehen lassen, oder habt ihr ihn gekehrt? der ist ein toter Escort eigentlich oh ja, keiner achtet mehr auf das hohe Gebäude doch, ich, die ganze Zeit ich mach hier alles auch guck unten immer, und Florian guckt auf die Fenster ja, aber wo ist der denn hin, da? einer könnte auch auf den Escort gucken, ob da jemand hinläuft Conny, du könntest da an den Loot aufgehen er hat geschossen ich freue sag immer an, ob der Loot gut ist, dann fliegt einer runter wow was, was, was? was? hier stand auf einmal ein Trigger neben mir wo bist du überhaupt, Roy? wo ist hinter diesem Ding? außer Sicht von diesem scheiß Gebäude, von wo man uns wegrühen kann der Fakt, ihr könnt einfach den Escort nehmen und wieder in die Safe reinlaufen warum sollt man das tun? ne, die könnten das theoretisch machen, die da in die Safe sind, wenn da welche ist wir entdeckt das Gebäude, ich schaue auch noch dazu wieder hin von hier kannst du welche, die gerade in die Safe reinlaufen wollen killen ja nur ganz knapp davor 61 Spieler da ist das andere Gebäude aber besser aufgehoben bis höher und entdeckten wir ab derße das andere die im haus ich hab ganz unten habe ich ihn gesehen, also relativ weit unten da, ja, der ist jetzt ich lege mich genauer gerade vor's gebäude, dann habe ich die beste Schuss da da da, mit dem Lars Militäring, ihr habt ihn gerade da hinten gesehen wo denn? ich sehe ihn nicht welches Stockwerk ah ich habe ihn, ja nicht so scheiße schießen mann ja wir haben beide gleichzeitig drauf geschossen, wir haben nicht getrunken erst wenn dann ein Fenster kommt jetzt weiß er nämlich, dass wir hier sind der hat Angst jetzt, logischerweise hat's du ihn getroffen, weißt du da oben ist er wieder der läuft einer, der ist jetzt wieder sehr weit da, ich sehe einen durch ne Wand mhm, triffst du aber glaube ich nicht ne, den kannst du stehen ich sehe einen noch weiter oben auf ne Rampe ja, der dürfte jetzt an ein Fenster kommen oder der läuft noch weiter nach oben ja, ich habe irgendwie eine andere Sicht, dass du da drauf ich weiß auch nicht ach du guckst es nicht schräg ne, ich habe den gerade an der Strecke gesehen ja, warte, ich muss mich auch schräger hinlegen dann kann ich da ein bisschen reingucken ich lege zu gerade ey Leute, ich komme unter der Autobahn durch also nicht, dass ihr da schon wieder auf mich drauf zielt ja, komm doch mal auf die Gruppe bist du in der Gruppe? wir laufen jetzt ganz nach oben wahrscheinlich achtet einfach auf die Fenster, ihr seht die eh direkt also oben seht ihr die eigentlich direkt blauer Himmel ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir alle da drauf gucken Aua! was? was, wie, wo? wo, von wo? wo standst du? da hinten wo warst du gestanden? hinterher Räume nicht hinten an der Ecke ich bin direkt bei euch wieder gespawnt Sascha, da, wo ich hinkriege ja, du kannst hier nicht hin, ne? ja, gib mir mal einen Gruppenanwalt, bitte mach mal deine Taschenlappe aus, Sascha was? oh Gott wie soll ich die Taschenlappe holen? na, weiter zu euch, Röbo ja, hol mal eine, äh, Roy Roy, kannst du mal einen Blut bitte nehmen? ja, wenn du hinkriegst, dann kann dich keiner abknallen ganz ehrlich, diese die laufen da hoch ja, wie hat er dich dann abgeknallt? ja, keine Ahnung ja, von oben, aus unserem Gebäude nein, da ist auch einer von denen da ist auch einer von denen der liegt auch mit Raub nicht der soll so von hinten, wie deine den auch geben, bitte na kann man das alles machen den Lut auf in meinem Blut nehmen und dann runterspringen mir den geben denn ich bin direkt wieder Euer du 10 Sekunden vorher erschossen wurde, er ja, aber ich glaube das war nicht von dem das kann nicht von dem gebäude gewesen sein ich habe die ganze zeit hingeschaut wenn er die ab die könnten konnten wahrscheinlich ihn sehen weil er weiter hinten stand wir müssen jetzt mal das gut nehmen ja dann wäre auch abgeknallt ich würde es ja nehmen aber ich muss springen dass ich da hinkomme ist das problem krieg einfach hin wir decken das gebäude passiert ja nix rollen versprechst du siehst du von wegen beschuss schon es werden schon hier auf meiner position beschlossen von mir das kann aber nicht von dem das kann aber nicht von dem geschiff von dem gebäude war war oder was wo denn ich glaube ich habe was rotes gesehen in recht unter euch welches fenster ist die frage mitte zirka ja super der loot ist glaube ich weg da liegt noch dass du kriegner von ihnen ja aber wie soll er es denn ja wir können es halt nicht wer auch der kann auch noch kommen Prozent von dem gebäude auch drauf schieben oder lagst du ja ich sehe nur das abonnenten fackert mich getroffen der war da wo er um an das verblocken mit der ja ich muss die hinterhalter der war rechts auf der jahre manchmal so dreiviertel ungefähr im mittleren fenster die wissen genau wo wir sind die wissen genau wo wir runter wir müssen runter wenn wir hinten noch runter fliegen wir können jetzt nicht raus gehen ja die wert die haben die ganze zeit genau zu sie auf uns wir machen ein projekt und seit bin direkt neben der warte man habe ich gesehen da drüben bist du am besten ich kann glaube ich runter springen ohne dass er mich sieht dann er trifft dich ja ich doch hier stehe auf wir laufen direkt runter bringen halt auch nicht aber ich muss springen dass ich da hochkommen ja ich muss auch springen oh fuck weg da weg da weg da weg da komm weiter zu uns getroffen nein aber das spackst du es halt ab 200 lehmert ich noch ich könnte runter fliegen und in ein anderes gebäude hochgehen wo ich einen guten leck auf mich habe der sieht dich aber blau lass reconnect nach 290 zu gehen und dann abschnipen warte der Roy guckt grad er warte mal wo ist so einer unten der hat einen Golemark ich seh nix an der seite ja das war so ich sag mal drei viertel oben in ja welches Schlagrecht von oben in etwa das dritte das dritte von oben und dann ungefähr so in der mitte so das sind ja vier fenster und das von rechts das zweite wenn du ganz rechts gehst das zweite da stand der also dritte von oben da so da hab ich ihn gesehen wo links daneben noch so ein zu ist ja ich hab grad geschossen aber der hat eine sekunde früher geschossen und dann hat es meine Sicht verzogen deswegen hab ich ihn nicht erwischt warte ich mal das problem ist der muss hier nur auf eine stelle gucken und wir wissen gar nicht an welchem Fenster der ist wenn er es hinlegt dann könnt ihr hier auf die Mauer drauf ja und ich pack das herum dann und zieg den irgendwie nach über das ja ja das Loot kannst du Roy guckst du noch drauf ja jetzt könntest du es mal versuchen bitte Roy weil jetzt ist Nacht ja das ist gleich weg ja da müssen wir aber decken komm lass wieder raus lass wieder drauf snipen ich komm ok dann musst du das Loot holen ich spack ja das meine ich damit Sascha ja die sind da dann hol einfach den Military und komm wieder zurück das reicht eigentlich schon meine Muni möchte auch ganz weg und meine Medis ja da liegt jetzt aber nichts mehr ja ist weg ah ok super warum kommen die eigentlich immer hoch wenn wir runter gehen so verstehe ich halt nicht jedes Mal das gleiche wir haben zu früh geschossen wir haben zu früh geschossen ja wir hatten den beide genau im Visier aber ja die braucht halt immer ein bisschen bis sie schießt also ich kann die oberen Fenster decken ach so in der Mitte ja ich mach alles einfach ja user joined your channel hallo hallo jugend dach ja was machen wir hier jetzt ja und tot bin ich ja lol darf mich zock mal ne Runde mit auf welchem Server seiten hier ja ich verstehe es nicht war der oben im Gebäude hast du was gesehen? ich verstehe es auch nicht ne der oben war der nicht ihr wisst schon dass es neben euch auch noch ein offenes Gebäude gibt ja da hab ich aber drauf geguckt wenn der da wäre dann wären wir schon alle tot der ist da drin ich hab den Schuss gar nicht gehört ich auch nicht welchem Server seid ihr? äh keine Ahnung weiß ich gar nicht Terrifying Preacher 58 Leute immer wenn Uto drauf ist dann sterben wir ok soll ich schnell rüber sprinten äh hinter die Wand? da kannst du von der Seite looten wenn du dich traust ok warte ich mach ein Sperrfeuer ich tu so als ob ich auf den schießen würde dann lauf los warte lauf los und eine Sekunde später schieße ich 1 ich konnte mich da hochlegen warte 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 weißt du ich mein dass er denkt dass ich auf den schieße dann kannst du ja ja klar ich muss mich aber hier irgendwie hinlegen ok sodass ich hier drauf komm ok bist du nicht hüpf doch einfach mein Gott du musst eh laufen also bist bereit? ja ok 3 2 1 lauf peace ok bin hinter der Wand jetzt hast du den so getroffen jetzt hast du den so getroffen ja ich hab aber ich hab keinen Platz vielleicht die unnötigen Sachen ja drop einfach du kannst das wichtigste von dem looten ja katana kriegst du nicht 9mm kriegst du nicht Bandagen sonst kriegst du alles du müsstest doch nicht alles reinkommen wir haben Lodge Military nice jetzt in die Gruppe ja ganz cool boah was machst du da ey schiebst du mir das kannst du mal ein bisschen mehr nach rechts gehen du blockierst den ganzen Stein so wie du liegst ah Wegleiter hab ich ich kann man alles eigentlich dran hey Piat ist ja auch mal wieder am Start was los mit dir alter ja schon ein bisschen nicht mehr gezockt Prüfungsstress und so weiter aber jetzt hab ich mal wieder Bock glaub ich wär fast mal ein Millimeter weg ich hab zwei Videos noch geladen wo du dabei bist gell oh du kannst dich mal bewundern muss ich tun auf jeden Fall also auf jeden Fall das eine wo ich stecken geblieben bin falls ich erinnerst wo wir Richtung Riverside gelaufen sind mit Niklas zusammen mit den drei Leuten die wir abgeknallt haben das fand ich am witzigsten ich weiß nicht ob es das Video jetzt war aber ich seh keinen am Fenster einfach ich seh macht ihr denn überhaupt grade ja wir sind ja grad wir werden grad gesniped ok wie schauts aus Niklas ich bin noch dabei was liegt hier noch Geld kann ich noch da liegt noch ähm die Crew liegt da noch die müsstest du eigentlich rankommen ich bin grade jaja klar klar ich bin grad aber zu heavy ja Mutzi ist weg Katana und äh 9 Milli ist weg aber nur 1 Stack pass ein bisschen auf Niklas warte ich schieß nochmal Sperrfeuer ja ich hab ja gerade ja wieso da haben sie Angst dann deckt die oh Gott der schießt mich ab und naja glaub nicht ja ich hätt schon Angst wenn einer schießt weißt das ja du kannst das ja nicht einschätzen also ich werd mal jetzt auch von dem Gebäude runter ja das waren ja nur 3 Dollar ich werd noch die Uzi nehmen ja pass auf du schießt schon echt ein bisschen weit draußen Niklas finde ich ich krieg ich weiß das ich kann noch rein schießen aber das kann nicht sein dass der von dem Gebäude geschossen hat das kann von wo denn sonst von wo sonst links nicht ja sonst wär ich jetzt auch schon tot vom 290 kannst du schießen ja aber von wo denn ja aber wenn dann wären wir doch auch schon tot wenn er da schießen würde ja aber da hab ich doch auch schon hingeschaut ich hab überall hingeschaut das kann nur von da sein ich hab den doch gesehen den Typen der hat doch auch auf mich geschossen ja klar aber das kann doch irgendwie anders sein weil das ist dieser wie heißt der ich weiß grad nicht er ist auf jeden Fall kein Clantyp der uns ja kein Clantyp oder der uns beide weg erhört ja also übrigens ähm man kann extrem hacken in dem Spiel weil gestern war ich mit ähm mit Florian auf dem schiefen Gebäude weißt du noch und da stand einer unten der hat die ganz also Large Military und so hat die ganze Taschenlampe an und ausgemacht ich hab den fünfmal ne viermal erst in den Kopf geschossen viermal voll der Stand wohlgemerkt der hat sich nicht bewegt viermal im Kopf er macht nichts auf er steht auf der Straße und nur eine Sekunde später ist er auf dem Gebäude oben eine Sekunde später der hat sich dahin teleportiert Lord dann hab ich noch dreimal der Florian gesagt geh runter geh runter geh runter ich wollte ihn da töten da hab ich den noch dreimal im Kopf geschossen der Stand wieder nur also da kannst du noch und der Typ hat die ganze Zeit die Taschenlampe an und ausgemacht ja da hab ich den noch dreimal im Kopf geschossen hätte irgendwie so lebensheck oder so dass der irgendwie 100.000 Leben hat oder so er legt noch ordentlich Zeugs rum also ich weiß nicht ob ihr einer von euch das noch schafft hier hinzukommen das so loopt und dann logen wir uns aus ja ich mach du Sperrfeuer Florian ich lauf ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen von wo kommst du? dann geh ich in die ich komme von rechts von ok du musst aufpassen da ist eine Lücke zwischen den Gebäuden ja ja das krieg ich schnell ok jetzt müsstest du kommen 3, 2, 1, komm ok ich komm doch von links ok Schuss, Schuss, Schuss bei mir ok wir nehmen die Sachen auf und dann loggen wir uns aus ja ich super jetzt hab ich den Bug wo ich nix aufheben kann ne ne möchte ich hinsetzen warte ich leg mich mal hin wir wissen dass das jetzt es geht nicht der kann ein Bein treffen ich kann nichts aufheben es geht nicht wir kommen ja in die Wand und stell dich hin dürfte ich nicht sehen ne es geht nicht geht nicht passiert nix das hatte ich gestern schon wieder keine ahnung was das bei mir ist achte das kann ich noch essen was soll ich noch mitnehmen von den Sachen Liegst du gerade? im liegen kannst du nämlich nix aufheben ich hab alles probiert liegen, sitzen, stehen das geht bei allen nicht ich bin großes Safezone und hab ne Schrote unterwegs gefunden und guck mir das jetzt mal an da oben mach das mal ja was ist mit dem Rucksack nimm doch den schwarzen Rucksack noch versuch noch hast du die Crew? ich hab keinen Platz mehr ich hab viel zu viele Sachen ja dann drop irgendeine scheiße wach du das gar nicht stacken äh hier hast du doch schon mitnehmen ne Crew noch? ihr seid zu zweit da ne? oh eins ist schon despaunt bei und das mit'n Gleiter ihr seid das zu zweit ne? also ihr könnt das zu zweit hoch gehen wenn du auf äh vielleicht ich nehm noch den Winkgleiter mit aber ne Crew hast du nicht aber das hab ich denn jetzt schon wieder aufgenommen wieso kann ich das nehmen? ne Crew musst du noch aufheben hab ich gern ich bin tätig der eine Crew musst du mitnehmen ich hab nur eine noch achso ok er hatte drei dabei wie behindert genau jetzt kann ich nix aufheben ey was soll denn der scheiß warte ich drop mal was vielleicht kann ich dann was aufheben äh kannst du meine Flasche Taschenlampe mitnehmen ja 100$ komm also machen wir jetzt auslaufen ich kann die nicht aufnehmen ja warte der Roy wollte sich das doch anschauen ja wir können ja reconnecten ich würde auf 290ste rauf gehen ja? ja von da aus kann man da drauf neiten ja ok dann drücken wir alle mal reconnect und ich loge mich aus ok dann lass da treffen auf welches? auf das äh auf das mit dem äh Rauch ja ok ey die spawnt gerade alles ok ich muss mal kurz auf die Uhr gucken ok gut dann mach ich mal einen Cut in dem Video dann sag ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen tschüss 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 tschüss